Musik Oh, das ist so eine tolle Serie! Ich hab mir so gewünscht, dass die beiden ein Pärchen werden! Ach, wie süß! Äh, ja Mama, ich versteh die Serie nicht ganz. Also, was heißt denn das mit um die Liebe kämpfen, hä? Hä? Wie ist denn das gemeint? Weil ich meine, wenn man kämpft, dann verletzt man sich doch auch und das ist doch gefährlich! Ach, Pia, so ist das doch nicht gemeint! Also, da ist nicht wirklich kämpfen gemeint. Man meint, dass man sich sehr viel Mühe gibt, um jemanden für sich zu gewinnen. Ach, echt? Also, und das soll funktionieren? Ja, genau, so nennt sich das! Äh, ich geh auf mein Zimmer, Mama, viel Spaß mit der Serie! Oh, Pia! Warum ist sie denn jetzt einfach aufgesprungen? Es war doch grad so spannend! Also, ich muss um die Liebe kämpfen! Wie soll ich das nur anstellen? Pia, jetzt denk nach! Lass dir was einfallen! So schwer kann es doch nicht sein! Ich hab's! Pia, nicht verzagen! Einfach das Internet fragen! Um die Liebe kämpfen! Oder viel besser, äh, jemanden für sich gewinnen! Ah, da hab ich was! Wow! So einfach soll das sein? Cool! Genau so mach ich das! Also, wenn das klappt! Ich hoffe, es klappt! Hm! Äh, du, Mama! Sag mal, du bist doch später weg, oder? Also, du hast doch noch einen Termin heute! Äh, ja, genau, Pia! Ich hab doch gleich den Nährkurs mit meinen Freundinnen! Hm, du liebste Mama, sag mal, hm, kannst du mir schon mal mein Taschengeld geben, bitte? Nicht erst am dritten, okay? Ah, ja, ja, okay, das geb ich dir ein bisschen früher! Moment! Oh, super! Weil ohne Geld kann ich das auf jeden Fall nicht machen! Hier, Pia, bitte! Aber nicht alles auf einmal ausgeben! Ja, ja, Mama, wie immer! Mama, äh, ich muss dann nochmal weg, okay? Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich erst, wenn du wieder da bist! Äh, Pia? Äh, okay, dann bis später! Schlüssel hast du ja dabei! Hm, komisch! Hm, wo geh ich denn jetzt am besten mit den 10 Euro hin? Also, ich muss ja davon was kaufen für uns beide! Ach, ich hab ne super gute Idee! Ich glaub, das wird was! Ab zum Burgerladen, weil da kriegt man bestimmt auch was für 10 Euro! So, für sie dann zwei Hotdogs, ist das richtig? Ja, dann lasst es euch schmecken! Guten Appetit, sag ich da nur! Und was darf's für die kleine Dame hier unten sein? Äh, äh, hallo erstmal! Also, äh, ich wollte was kaufen bei Ihnen! Äh, was, äh, was bekommt man denn für 10 Euro? Weil, äh, mehr Geld als das hab ich nicht! Und das muss reichen! Für zwei Personen! Oh, ne Preisliste haben wir hier an der Tafel, siehst du? Also, so ein, äh, großer Burger kostet 4,50 Euro, oder ein Hotdog für 2,80 Euro, oder Pommes, 2,20 Euro, na, was du willst halt! Äh, na gut, dann nehm ich, äh, einmal den Hamburger, und einmal den Hotdog, und, ähm, achso, dann reicht das noch... Ja gut, und dann eine Portion Pommes! Oh, da hat ja jemand mächtig Hunger! Kommt sofort! So, ich komm mal vor die Theke, hier hast du es! Dann, äh, vielen Dank! Und, äh, einen schönen Tag noch! Ja, ebenso, und komm mal bald wieder, ne? So, und jetzt ab nach Hause, bevor das Essen kalt wird! Das tue ich am besten direkt in die Küche, und dann muss ich unbedingt telefonieren! Äh, Mr. Handsome? Ja, äh, hier ist, äh, Pias Mutter! Sie wollten doch letztes, äh, noch mit mir reden! Ähm, haben Sie vielleicht Zeit, heute vorbeizukommen? Ja? Ähm, so kurz vor vier? Passt das Ihnen? Ja, ähm, gut, dann, äh, bis später dann! Tschüss! Oh Mann, das hat ja super geklappt! Der hat wirklich gedacht, dass ich meine Mutter bin! Äh, und jetzt kommt er wirklich zu mir nach Hause! Ich muss aber schnell noch dekorieren! Also, hier ist auf jeden Fall mein Tisch aus dem Zimmer, dann Gläser, Teller und auch ein bisschen Blumendeko! Das sieht toll aus! Hm, also das Essen ist irgendwie schon kalt, aber ich glaub, das schmeckt auch kalt! Hab ich jetzt schon mal hier hingetan, was fehlt denn noch? Pommes teilen wir uns dann? Getränke sind schon drin? Hm, ach ja! Ja, was bei einem Candlelight denn auf gar keinen Fall fehlen darf, sind ja die Kerzen! Super! Ich glaub, das wird Mr. Handsome richtig gut gefallen! Oh, hat's da grad geklingelt? Das muss er sein! Oh, oh! Also, ich hoffe, das klappt heute! Beim letzten Mal war das ja nicht so erfolgreich! Da war die Mutter ja total aus dem Häuschen! Naja, aber heute wird's besser! Ah, guten Tag, Pia! Ich wollte eigentlich zu deiner Mutter, ist die schon... Also, die müsste zu Hause sein, oder? Mhm! Äh, Sie können ja schon mal reinkommen, Mr. Handsome! Okay! Einfach hier in die Küche rein! Äh, in die Küche? Okay, aber wo ist denn jetzt deine Mutter? Äh, die kommt gleich! Sie können ja hier Platz nehmen und eine Kleinigkeit essen, hm? Oh, sind das Hotdogs und ein Hamburger? Mhm! Also, eigentlich hab ich schon ein bisschen Hunger, ich hab heute noch nichts gegessen, also... Ja, dann greifen Sie zu! Okay! Äh, Mr. Handsome, das hab ich alles nur für Sie gemacht! Wie? Ach so, du meinst also, du hast es selber gemacht? Ja, find ich toll! Wo bleibt denn jetzt deine Mutter eigentlich? Ich muss auch später wieder los! Warte mal, warte mal, warte mal, das kommt mir grad ein bisschen komisch... Der Tisch, dekoriert, Essen und dann noch Kerzen... Oh nein, oh nein, oh nein! Das hab ich für Sie gemacht! Oh Gott, das ist ein Kerleit-Dinner! Pia, also... Nicht schon wieder! Also, Pia, jetzt... Nicht schon wieder die gleiche Geschichte! Ich hab's dir beim letzten Mal schon gesagt, ne? Aber Mr. Handsome... Nein, 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 nein... Wir hatten noch Hunger! Nein, aber trotzdem, so nicht! Und lass mich raten, deine Mutter ist bestimmt gar nicht da! Du hast bestimmt bei mir angerufen, oder? Wobei ich sagen muss, deine Stimme klingt echt wie die deiner Mutter am Telefon! Es tut mir leid! Äh, Mr. Handsome, ich wollte Ihnen doch nur eine Freude machen! Und ich wollte, dass ich Sie für mich gewinne! Wie in der Serie! Um die Liebe kämpfen, ja! Pia, nee, einfach nein, nee, nee, gar nicht! So nicht, nee, 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 nee! Wir sehen uns im Unterricht! Schon wieder bin ich drauf reingefallen! Aber Mr. Handsome, was ist denn mit dem Essen? Gehen Sie doch nicht! Pia, ich bin wieder zurück! Och, Pia, das sieht ja toll aus! Wolltest du mich mit Essen überraschen? Toll, danke! Hallo, Mama! Nein, nicht dich! Ich wollte eigentlich... Och, Pia, mein Schatz! Weim doch nicht! Ist doch richtig gut angekommen! Was ist denn los? Ach, Mama, das war gar nicht nur für... Das war gar nicht für dich! Das war eigentlich für Mr. Handsome! Pia, dein Englischlehrer? Mr. Handsome, für den hast du das alles so toll hergerichtet? Mhm. Weil, Mama, weißt du was? Ich finde Mr. Handsome richtig gut! Glaube, ich bin verliebt! Ach, Pia-Lein, du bist ja niedlich! Ich war damals auch mal in einen älteren Jungen verliebt! Ach, Pia, wer diese tolle Deko und dieses leckere Essen ausschlägt, der hat dich nicht verdient! Meinst du wirklich? Also, ich glaube, ein Junge in meinem Alter, der hätte sich bestimmt gefreut! Aber vielleicht ist Mr. Handsome einfach zu alt! Vielleicht mag er auch keine Cheeseburger! Ach, Pia, ja! Such dir lieber einen Jungen in deinem Alter! Und ich hab mich auf jeden Fall gefreut! Lass es dir schmecken! Danke! So, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! So, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.